Oscar Isaac Hernandez ist ein US-amerikanischer Schauspieler guatemaltäkischer Herkunft. Für seine Rolle des Politikers Nick Waisixco in der Miniserie Show Me a Hero erhielt er 2016 einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller. Leben Oscar Isaac ist der Sohn eines Kubaners und einer Guatemalte-Kind, der in Miami aufwuchs. Isaacs Familie gehört der evangelikalen Glaubensrichtung an. Er hat auch israelische und französische Wurzeln. In seiner Jugend war Isaac Mitglied der Band The Blinking Underdogs, wenngleich er mit ihr kaum nationale Berühmtheit erlangte. Durch seine Liebe zur Schauspielerei besuchte er daraufhin die Juilliard School, an der er 2005 seinen Abschluss machte. Sein Filmdebüt gab er 2002 im Actionfilm All About A Benjamins an der Seite von Schauspielgrößen wie ICE Cube und My Gaps. Bekannt wurde er 2006 als er Josef den Ziehvater Jesu in der Bibelverfilmung es begab sich aber zu der Zeit verkörperte. Für seine Darstellung wurde er 2007 im Rahmen der Movie Guide Awards mit dem Grace Award ausgezeichnet. 2008 stand er für die Filmbiografie Gerier von Steven Soderbergh vor der Kamera. 2009 spielte er im australischen Film Balibo den späteren Staatspräsidenten Ostimors Jose Ramos Horta. Der Film erhielt einen Preis als bester australischer Film des Jahres. Neben seiner Arbeit für Film und Fernsehen steht Isaac auch in Broadway-Produktionen auf der Bühne und konnte im Sommer 2005 so für All Two Gentlemen of Verona von William Shakespeare verpflichtet werden. 2007 gab er im De La Corte Theater im Central Park den Romeo in Shakespeare's Romeo und Julia. In dem 2013 erschienenen Film der Brüder Coen Inside Yavin Davies spielt Isaac die Hauptrolle des dauermelancholischen Vogtsängers Yavin Davies, der auf der Suche nach dem Sinn im Leben ist. Der Film wurde auf den Filmfestspielen von Cann 2013 präsentiert und erhielt positive Resonanzen. Ende April 2014 wurde bekannt gegeben, dass er 2015 eine Rolle in Star Wars, das Erwachen der Macht übernehmen wird. Im November 2014 wurde bekannt, dass Isaac in X-Men Apocalypse den titelgebenden Bösewicht und mächtigen Ur-Mutanten Apocalypse verkörpern wird. Isaac ist seit 2007 mit seiner Freundin verlobt. Filmografie 2006 Es begab sich aber zu der Zeit 2007 Das Leben vor meinen Augen 2008 Der Mann, der niemals lebte 2009 Agora, die Säulen des Himmels 2009 Balibo 2010 Robin Hood 2011 Saka Punsch 2011 Drive 2011 WE 2012 10 Years 2012 Revenge for Jolly 2012 Das Born Vermächtnis 2012 Um Klassenbesser 2012 Gottes General 2013 Inside Yavin Davies 2013 In Secret Geheime Leidenschaft 2014 A Most Violent Year 2014 Die zwei Gesichter des Januars 2015 Ex Machina 2015 Mojave 2015 Star Wars Das Erwachen der Macht Auszeichnungen Golden Globe Awards 2016 Bester Hauptdarsteller Miniserie oder Fernsehfilm für Show Me A Hero Boston Bad wie bei A A A A B B Untertitelung des ZDF, 2020